Die schwangere Renata Lusin muss sich nun von ihrem Mann Valentin verabschieden, während er zur Let's Dance Tour aufbricht. Muss sie in diesem Jahr passen. Bei Instagram enthüllte sie nun, wie sie sich fühlt. Das Let's Dance Traumpaar, Renata und Valentin Lusin, hat allen Grund zur Freude. In wenigen Monaten werden die beiden Tanzprofis Eltern. Die erfreuliche Nachricht teilten sie Ende September 2023 in einem herzerwärmenden Video auf Instagram der Öffentlichkeit mit. Das Glück darüber ist jedoch gedämpft, denn das Paar kann die schmerzhaften Erfahrungen nicht einfach so abschütteln, die es gemacht hat. Anfang des Jahres erlitt Renata eine Fehlgeburt, nicht zum ersten Mal, wie sie kurze Zeit später in Interviews verriet. Let's Dance Star Renata Lusin. Natürlich bin ich ständig besorgt. Umso mehr kann sich die 36-Jährige nun über jeden Tag freuen, den sie und ihr Baby ohne Komplikationen überstehen. Wie sie nun auf Instagram im Rahmen eines Schwangerschafts-Updates erklärte, die Hälfte der Schwangerschaft ist vorbei. Ich bin sehr dankbar, bis jetzt mich so topfit gefüllt zu haben und die ersten Babybewegungen im Bauch zu spüren. Natürlich bin ich ständig besorgt. Die schwere Zeit geht nicht einfach an einem vorbei, aber von Woche zur Woche traue ich mich mehr und mehr die Schwangerschaft zu genießen. Nichtsdestotrotz bedauert Renata, dass sie die diesjährige Let's Dance Tour verpassen wird, die nun beginnt. Auch ihr Mann Valentin wird dabei sein. Die letzten Tage verbrachten sie noch einmal gemeinsam und traten in Borsichtum auf. Ich habe jede Sekunde genossen. Das Publikum hat uns so unterstützt und getragen, schwärmt Renata. Kurz nach Valentins Rückkehr konzentrieren sich dann beide voll und ganz auf den Familienzuwachs. Eine Gender-Reveal-Party für den 10. Dezember geplant. Bis dahin werden sie nicht wissen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Lediglich eine gute Freundin ist eingeweiht. Bis zur Enthüllung wird das ungeborene Baby von seinen Eltern liebevoll als kleines Gummibärchen bezeichnet. Eine Anspielung auf die niedlichen Ultraschallbilder. Die Lussins planen auch, im Dezember mit dem Nestbau für ihr Kind zu beginnen, indem sie das Kinderzimmer einrichten. Dass das erst recht spät passiert, hat einen Grund, wie Renata gegenüber Gala erklärt hat. Ich will noch ein bisschen abwarten, bis das zweite Schwangerschaftsscreening vorbei ist. Ich will den Nestbau nicht zu früh beginnen, wegen meiner Vorgeschichte.